Fragen Sie sich bei diesem ganzen Papierkram auch manchmal, was steht eigentlich als nächstes zur Bearbeitung an? Habe ich da irgendetwas vergessen? Wenn man den Überblick erstmal verloren hat, bleiben Dokumente liegen und der Rückstand wird immer grösser und grösser. Mit DocuWare sieht das ganz anders aus. Dokumente, die zur Bearbeitung anstehen, werden übersichtlich angezeigt. Automatisch. Jeder Mitarbeiter weiß immer sofort Bescheid, wenn ein neues Dokument hereinkommt. Kein Dokument wird vergessen. Auch dann nicht, wenn es erst später bearbeitet werden soll. DocuWare legt es genau zum gewünschten Zeitpunkt automatisch wieder vor. Und das Papierchaos der Vergangenheit ist schnell vergessen. Dank DocuWare. Okay Okay 對 die die die